Keine Spur von Liebeskummer bei Jörn Schlöfugt. Der GZSZ-Darsteller und seine Noch-Ehefrau Hanna geben vor wenigen Wochen überraschende News bekannt. Sie sind getrennt. Trotz allem scheinen sie sich gut zu verstehen. Sogar Hannas Knutscherei mit dem Italiener Giovanni Angiolini kümmert ihn wohl nicht. Bestens gelaunt zeigt sich Jörn nun auch auf dem Muet-Effa-Wessens-Event in Berlin. Allzu viel über Hanna will er zwar nicht reden, aber gegenüber Promiflash erklärt Jörn, deswegen möchte ich da gar nichts mehr zu sagen, außer dass es mir sehr gut geht. Und das sieht man auch.